1969 war ein bedeutendes Jahr. Die ersten Menschen landeten auf dem Mond, in Amerika fand das legendäre Woodstock-Festival statt und hier in der schönen Steiermark wurde das bekannte Traditionsunternehmen Zenkerhaus gegründet. Bis heute sind über 8000 Familien glücklich, in einem Zenkerhaus zu wohnen, welches völlig individuell in traditioneller, in innovativer oder auch exklusiver Architektur geplant und errichtet wurde. Wir wollen auch Sie auf dem Weg zu Ihrem Traumhaus begleiten. Möchten Sie in einem ökologischen Haus wohnen, welches mit spürbarer Liebe zum Detail und besten wertbeständigen Materialien gebaut wird, mit echter Kompetenz, computergesteuerter Technologie und hohem fachlichen Können errichtet, Ist Ihnen Sicherheit, Lebensqualität, etwas Besonderes zu erhalten, ja, Freude am Wohnen zu haben, wirklich wichtig? Dann kontaktieren Sie Ihren persönlichen Betreuer, um einen unverbindlichen Gesprächstermin zu vereinbaren, denn wir planen nicht einfach Häuser, wir planen Ihr Zuhause. Wir freuen uns bereits auf Ihre Kontaktaufnahme. Bis zum nächsten Mal.